Bist du verrückt geworden? zischte Stella und zerquetschte fast das Telefon in ihrer Hand. Als ob das etwas nützen würde. Sie schaute sich hektisch um. Nach einem Augenblick atmete sie erleichtert auf. Es sah nicht danach aus, dass jemand sie gehört hätte. Denn erst jetzt bemerkte sie, dass sie wieder einmal die letzte war, die noch an ihrem Schreibtisch brütete. Zum Glück, das hätte sonst unangenehm werden können. Private Gespräche waren in der renommierten Kanzlei nicht gern gesehen und Stella hielt sich üblicherweise an die ungeschriebenen Gesetze, weil sie kurz vor dem nächsten Sprung auf der Karriereleiter stand und nicht negativ auffallen wollte. Die Tür zu Stellas kleinem Büro, das man eher Schuhkarton nennen könnte, stand offen. Alle, außer ihr, waren bereits in den Feierabend ausgeflogen. Draußen war es dunkel. Die Lichter von London Skyline schillerten in tausend Facetten. Stella warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Es war schon kurz nach zehn. Das edle Stück von Cartier war ein Geschenk von Marvin zum Zweijährigen gewesen. Dafür hatte er richtig tief in die Tasche gegriffen. Bitte, Stella, ich würde dich nicht fragen, wenn ich eine andere Möglichkeit sehen würde. Ich bin auch so schon mit den Nerven am Ende, unterbrach ihr Bruder ihre Gedanken. Stellas Gewissen regte sich. Natürlich wollte sie Joi helfen. Allerdings konnte sie sich nicht vorstellen, dass sie tatsächlich die Richtige für diesen Job sein sollte. Ich bin keine Expertin, wie du weißt. Soll ich deinen Kunden Bullshit erzählen und sie womöglich mit meiner Inkompetenz vergraulen? Damit ist dir doch nicht geholfen. Joi betrieb ein Fachgeschäft für Angel- und Jagdsport in Akureri. Stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel, Stella. Du weißt mehr übers Fischen als die meisten Leute. Und dass Achnaldur so kurzfristig ausfällt, ist einfach großes Pech. Dabei hat die Saison gerade erst angefangen. Es ist ein Desaster. Magnea kann ich natürlich nicht zumuten, im Laden zu stehen. Sie hatte schon Frühwehen und soll hauptsächlich liegen. Ich komme einfach nicht klar, Stella. Anstatt meiner Frau zu helfen, bin ich gar nicht mehr zu Hause, weil im Laden schon jetzt die Hölle los ist. Obwohl das Sommergeschäft erst noch kommt. Es ist verrückt. Aber natürlich auch gut, nachdem die letzten zwei Jahre eher schlapp waren, wie du weißt. Fakt ist aber, ich komme ohne Hilfe nicht zurecht. Oh Mann, die arme Magnea, unterbrach Stella den Redeschwall ihres Bruders. Er klang wirklich verzweifelt. Seine Frau war mit Zwillingen schwanger und hatte noch ein paar Wochen vor sich. Natürlich sollte sie sich, so gut es möglich war, ausruhen. Obwohl Stella ahnte, dass ein kurzfristig eingereichter Urlaub bei Simon nicht gut ankommen würde, sah sie sich ihrem Bruder gegenüber in der Pflicht. Gleichzeitig wusste sie, dass sie es sich womöglich mit ihrem Boss verscherzte, wenn sie jetzt, so kurz vor der Zielgeraden, nicht nach seiner Pfeife tanzte. Sie hatte so lange von einer schillernden Karriere in der Großstadt geträumt, da konnte sie sich, so kurz vor ihrem Triumph, nicht ins Abseits manövrieren, indem sie mal eben für ein paar Wochen verreiste.